Maximator Jet und STM Steinmoser Österreich auf der Blechexpo 2010. Zwei starke Partner, ein Ziel. Das perfekte Wasserstrahl-Schneidsystem. Eines der Highlights, das STM Wasserstrahl-Schneidsystem mit zwei unabhängig gesteuerten Z-Achsen. Schneller und effizienter arbeiten, ob im reinen Wasserstrahl- oder Apprasivbetrieb. Mit dem STM Wasserstrahl-Schneidsystem lassen sich Schneidaufgaben bewältigen, die bisher undenkbar waren. Eine weitere Innovation, der iHead, das Zwei-Achsen-Drehgelenk für Schnittwinkel-Fehlerausgleich und die perfekte 3D-Bearbeitung. Hier zeigt sich, die Zukunft des Wasserstrahl-Schneidens hat bereits begonnen. Durch die Modulbauweise der STM Wasserstrahl-Schneidsysteme bleibt der Preis moderat, die Lieferzeiten kurz. Dazu ist das System überaus wartungsarm. STM Wasserstrahl-Schneidsysteme, kompakt in der Bauweise und robust für den harten Arbeitsalltag. Wasserstrahl schneiden in einer neuen Dimension. Wasserstrahl-Schneidsysteme, kompakt in einer neuen Dimension.